Da bin ich jetzt. Achso, das kommt jetzt. Das kann ja spaßig werden. Bye bye. Das wird richtig lustig gleich. Ja gut, unten kenne ich mich wenigstens noch ein bisschen besser aus. Gut, Fürst 2. Fürst 2 geschafft. Ich hoffe, ich schaffe das Fürst 2. Weil da bin ich so oft schon gefällt. Beta? Nee, nee, da wo ich jetzt gerade bin. Achso. Bei Beta hatte ich gesagt, da versucht man ja Ewigkeit überhaupt noch dort oben zu kommen. Komm, komm, komm. Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten. Und dass wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Black Mesa kann mir echt mal ganz genüsslich. Komm, 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 komm. Ja, First 2. Geil. Warte. Warte. Den Jump, den habe ich immer nie vor Strike geschafft. Wer will 60 Dollar? Inbarm. Ihr könnt euch auch gerne erst 20 Minuten im Wartezimmer entspannen. Das verdammt nochmal gemütlicher ist, als die Parkbanker, auf denen wir euch eingesammelt haben. Ah. Willkommen bei Erdschung. Ihr seid hier, weil wir die Besten wollen und genau das seid ihr. Ich kann einfach nicht ernst dabei bleiben. Beschmiert auf jeden Fall nicht das Klacken. Hallo? Du tutest doch gern, könnt gut. Was war das? Ihr Markopf muss doch gedreht sein, wenn ich bei niemandem vom Netz treffe, dass alles hier in ein paar Stunden in die Luft fliegen. Ich kann dich nicht bewegen. Und wenn du dir nicht in Konfurt trägst, und in meiner Gelnung herrn... Schack. 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 Schacka... Macca... Und... Komm schon. Komm schon. Komm schon. Und... Oh man... Was? Das hab ich auch... Das hab ich vorher auch nicht geschafft. Äh... First Trail. Was denn? Weiß ich jetzt nicht. Also da, wo der Sprung war. Ähm... Du bist bei Alpha gewesen. Ja, den Sprung gerade eben. Ähm... Den... habe ich selbst sogar gerade für zwei geschafft. Okay. Aber ich hab auch da oft rumgerätselt und so. Ähm... War das... Ne, das war nicht richtig. Da oben muss ich drauf. Ach komm, du willst mich doch verarschen. Du willst mich verarschen. Muss ich da runterlaufen. Ja. Vielleicht. Oh, ich hab jetzt gedacht, ich fall runter. Nice. Oh, mach doch die Tür auf. Ja, hier. Okay. Warte, wo ist der? Da. Da. Wer damit. Jawoll. Ich hab den sogar gleich gefangen. Gut. Was mach ich? Ich brauch doch gar nicht alles dort. Zack. Zack. Warte. 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 Emotionale Ausbrüche bedürfen mehr als 1,6 Volt. Das wissen wir jetzt. Entspannen wir uns also. Wir finden schon noch raus, was zum Teufel hier los ist. Aber im Ruhe. Ja. Ja. Oh, so ein Glück. Ich bin noch drauf gekommen. Mhm. Komm du den Würfel drauf. Wo muss ich ihn jetzt hin? Ich hab echt keine Ahnung. Oder wo er jetzt hin muss. Ich glaub von... Da muss ich jetzt runter springen. Ah ja genau. Cool. Astralaut, Kriegsseld und oder Olympiasieger. Astralaut, Kriegsseld und oder Olympiasieger. Irgendwie muss ich doch Schwung nehmen. Hä? Bin ich jetzt ganz perplex? Ne, ja stimmt, du hast recht. Ich muss einfach so runterfallen. Wenn es das bringt, bringt es tatsächlich. Es ist einfach so, du hast das. So, um... Das war's. Warte mal, was brachte das überhaupt noch mal? Hm, ich komm nicht so. Indem ich da auch komm. Das war logisch. Warte mal, was musst du denn da noch mal hin? Ach ja, das Level ist das. Ich will das mal wieder reinfinden. Komm mal her mit der Brü. Okay, dann muss ich jetzt nur auf die andere Seite kommen. Jetzt spring ich auf die andere Seite, indem ich... Blätter und Umerneuerung. Aus Alt macht Neu. Außerdem entfernen wir alle Tourore. Im Grunde müsstet ihr uns bezahlen. Indem ich da hoch springe? Ja, das ist ja so. Mhm, mhm, mhm. So, los. Komm da rüber. Jawoll. Jetzt spring ich selber durch. Los, auf geht's. Niiiisssss. Niiisssss. Oh, ich bin übrigens gerade bei Gamma. Okay. Hm. Weißt du? Ja, ganz toll. Wie hältst du jetzt eine Weile ohne mich aus? Ich muss nachdenken. Ach ja, da zum Knopf muss ich. Sehr easy. Komm. Komm. Komm, komm, komm. Ah, jawoll. Ach, Vogel, töte das, Misty. Wer ist hier? es ist interessant wie in den portal manchmal um das nicht geladen ist die teilnahme an test für alle mitarbeiter hat sich die qualität der testobjekte dramatisch verbessert die mitarbeiterbindung hingegen nicht in Zukunft für menschliche testobjekte keine verwendung mehr finden vorher stehen aber noch einige dinge aus die fennig fuchser meinten wir könnten uns das mondgestein nicht mal leisten wenn es 7 dollar kosten würde geschweigen in 70 millionen haben es trotzdem gekauft haben es gemahlen und zu gel vermischt und weißt du was gemahlene mondsteine sind pures gift mit wohnsteine m wenn das Leben die Zitronen gibt machen die Molade raus dann fragt nach Tequila steht bei Dennis im Start und start was so schnell wie möglich durchführen könntest carolyn bring mir noch ein paar Schmerz da retten Wir tun uns turk uns ich das drin war check das alles gar nicht mehr nee warte das müsste schon richtig sein einfach da runter springen jawoll war schon richtig zack zack und der würfel hüpft genau dahin wo ich den haben will mhm was ist das eigentlich ähm da will ich hingehen aber wie komm ich da hin wie komm ich da hin so wahrscheinlich da durch tücher so und jetzt muss ich den würfel nur wieder behindert machen ich will deine blöden zitronen nicht ich will deine blöden zitronen nicht was soll ich damit fragt nach Ziquila sie wird auch immer böser mit den Zitronen meine Flüchtlinger sollen Zitronen-Gramaten finden und damit jage ich hier raus in den jährlichen Glieder dass ihr euch ja brennt ihr spielt auch was alle denken die Frage ist wenn wir Musik auf einer CD speichern können wieso dann nicht auch die Intelligenz und die Persönlichkeit eines Menschen die 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 Vielen Dank.